Gah! Ich komm mal zu dir gekrabbelt. Wir kommen! Das wird schon wieder. Ja, lass mal ein bisschen laufen. Könnt ihr ja vielleicht auch diese Fässer hier nutzen. Hier stehen ja nicht Fässer vielleicht. Kann man die hier für irgendwas verwenden? Ja. Fein zu funktionieren. Das läuft ja hier weit. Kann man schon sagen. Nee, dann kann man nicht die Lieder unbedingt bei mir. Ich hab die Trophäe erhalten. Runter. Oh Gott, das will. Ich brauch mal eine kurze Sekunde Zeit für mich, damit ich... benutzen, damit ich mich mal heilen kann. Ja, ich bin ja klackig. Ja, der Dicke! Los! Ganz vielen von denen! Wo kommen die jetzt her? Oh, nebenbei nehm ich mal ne Handgranate mit, ne? Können wir hier noch irgendwo hochklettern? Oder hochklettern, das ist ganz geil. Liegt noch so viel Zeug rum, dass wir nicht mitgenommen haben. So viel Pistolenmunition. Oh, der Fett ist auch so schnell, ne? Oh, oh. Ich bin auf dem Dach oben. Ich versuche mal vorbei, jetzt für die nach oben zu kommen. Ja, ich bin... Auf dem Weg nach unten gerade. Ach, dankeschön. Lauf! Da! Komm mir hier rüber. Ich werde dich aus der Tür holen. Find ein paar Koffer! Oh! Juhu! Junge, Junge, Junge! Entfernen! Ah! Der kann ja noch heiter werden, ne? Die mussten es ja mal wieder übertreiben, hier mit dem... Ah! Ach, guck mal! Das war Präzision. Da warst du besser. Du siegte Gegner. Du hast du mehr als doppelt so viel. Wenn man benötigte Zeit ist, ja. Weißt du, was das Schlimme ist? Hm? Wenn wir schneller gewesen wären, hätte ich wohl was Besseres bekommen. Sowas wie ein S oder so. Ach ja. Weiter. Was willst du machen, ne? So. So, äh, verwalten. Wo hab ich denn die Granate her? Oder was ist das? Ähm. Handgranate. Ich würd das gerne, äh... Ah. Ich hab dir hier ein bisschen Munition rübergegeben. Guck mal, ob du die wieder zurückgeben kannst. Ja. Ja, dann krieg ich sie aber nur vollständig. Das ist natürlich... Kombinieren kann ich nicht. Das ist blöd. Was ist denn hier noch? Erste Hilfespray? Guck mal, ich geb dir das mal rüber. Dann kannst du, äh... Deine Waffe mal nachladen. Äh. Kombinieren. So. So, ich verbessere dann mal meine Waffe. Ich hab, glaub ich, noch aus vergangenen Spieldingern Geld über. Also, ich hab jetzt 1300 Geld. Okay. Dann, äh... Verbessere ich mal meine Waffe, soweit... So, wie viel kostet denn das? Ach so, das steht da oben. Kapazität. Das kann ich auf 13 verbessern. Hab ich mal erhöht auf, äh, 45. Was bist du so für ein Assi, Mann? Ich hab doch, wie gesagt, ein bisschen Geld über. So. Ja. Und jetzt... Ja, ich möchte das nochmal... Momentan können sie dieses Objekt nicht verbessern. Ach so, weil es bestimmt mehr kostet jetzt, ne? Nö, ich kann das nicht verbessern. Gut. Ja, ich hätte noch jede Menge andere Sachen hier im Inventar. Zum Beispiel ein paar Schätze, die ich verkaufen könnte. Ich hab nix. Dann krieg ich mehr Geld dazu. Mach ich aber nicht. Gut, äh, dann bin ich soweit fertig. Gut. Ah. Oh, in Hauptzeitung, geb ich dir aber die Munition und auch nix. Chris, ich hab ja jetzt 45 Schuss in der Clifte. Jo. Sollte für eine gewisse Zeit lang reichen. Äh, roger das. Wollen wir hier noch inspizieren? Ja, sicher. Können wir es kaputt machen, das Regal? Nein. Ich glaub, hier ist schon alles, was man kaputt machen konnte, ist jetzt schon weg. Hier ist eine Waffenkiste. Da kann man aber nix mit machen. Dann. Was ist denn hier? Ein Stromding oder sowas. Ich glaub, hier gibt's sonst nix mehr. Nö. In der kleinen Hütte hier gab's was. Überspringen. Stolmunition. Boah. Ich nehm das mal mit. Steuerung ist so komisch. Wie geht's nach unten? Was gibt's denn hier unten? Dreckiges Wasser. Na, und ein Fässchen? Ein Fässchen. Boah, das ist hinter Gittern. Guckt man denn da dran? Hm. Rätsel über Rätsel. Was machst du denn da? Ach, jetzt bist du auch da runtergegibst. Ja. Ja, da unten gibt's ein Fässchen. Ja. Ein Bierfässchen. Ja, hier geht's rum. Okay, vielleicht komm ich ja dann von dieser Seite aus an das Fässchen dran. Nee, sieht nicht so aus. Ach, guck mal, da geht's nach unten. Ich, ich, geh mal nach unten. Komm mit. Tatsächlich. Tatsächlich, da ist das Fässchen. Was ist drin? Nix. Ach doch, Gold. Gold. Viel. Und jetzt? Jetzt haben wir Gold. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Was ist denn los hier? Ach, du warst zuerst oben, deswegen durfte ich nicht hochklettern. Das ist ja gemein. So, ich glaube, wir müssen durch die Tür hier. Du bist gerade voll Roboter bei mir. Voll Roboter? Ja. So. Weil Internet gerade kacke ist oder so. Ja, so. Ach, ist ja normal. Was ist passiert? Ein Fehler ist aufgetreten. 800 223 22. Kommunikationsfehler. So. Ausrüstung und Start. Wenn Sie Nein auswählen, geht um. Ja? Hm? Soll ich dich nochmal einladen? Das wäre ganz toll. Du haust mich ja voll aus dem Spiel raus, ey. Äh. So. Shoptisch eingeladen. Ja, da kommt jetzt sofort. Einladung akzeptieren. Jo. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir starten. Ja, ich denke mal am Anfang von dem Teil, was wir jetzt gerade gespielt haben. Der Stadtbezirk. Ja, ja. Die Technik. Ach, guck mal. Wir dürfen nochmal verwalten. Obwohl, ich habe jetzt ich habe immer noch alles, was ich vorhin auch hatte. Sogar diese fünf Munition, die ich noch aufgesammelt habe. Gerade eben. Okay. Vielleicht kriegen wir ja nochmal fünfmal Munition. Das wäre toll. Wo sind wir denn jetzt? Ach, genau. Hinter der Tür. Ah. Ach. Richtig. Da, wo es abgeschnürt ist. Die, die wir öffnen wollten. Ach, meine Nase. Sie hat gejuckt. Ist hier irgendwas? Ja. Die Tür. Klopp, klopp. Das ist ein Fässchen. Pistolenmunition. Pistolenmunition. Ja, nimm mal alles mit. Wir haben ja gerade gesehen, dass du ein paar mehr Schüsse brauchst, ne? Mhm. Klopp, klopp. Keiner da. Ach, hier ist eine Leiter. Genau. Ich erinnere mich. Oh. Was denn jetzt passiert? Oh. Die Leiter ist kaputt. Vielleicht kann man es zu zweit schaffen. Nein. Kann man. Frage ist, ob man möchte. Nein. Ich weiß, dass hier ganz viele böse Sachen kommen. Hast du hier schon alles untersucht? Nein. Ich wollte da hoch. Öh. Öh? Ja, da hinten ist irgend so ein Typ. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das... Ach ja. Ja, sicher. Oder müssen wir jetzt getrennt laufen. Untersuchen. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Schlüssel. Hol den Schlüssel. Ich kann den Schlüssel nicht holen. Da kommen die nicht dran. Nein. Aber ich muss jetzt wieder runterhüpfen. Muss ich dir helfen? Nein, runterhüpfen kommen wir. Runter kommen sie alle. So, wo ist der Typ? Da ist der Typ. Freak. Ah, das ist eine Frau übrigens. Hallo? Hä? Er hat ja vollen Kopf geschossen. Und die... So eine Kugel im Kopf ist ja halb so gut. Du... Das erinnert mich grad ein bisschen an Raisin. Wenn du mal hier aufplöpsen, dann bist du woanders. Uah! Danke schön. Was ist der Typ? Kannst du das Atem sehen? Schau! Nein! Warte! Alphateen, komm her! Alphateen! Der Chant! Hast du den Chant? Der Chant! Da, da, da kommt einer. Hä? Oh. Guten Tag. Komm, spießen auf. Aufspießen. Nice! Wo kam der her? Der kam da über den Zaun geklettert. Da kam der drüber? Ja, ja. Die sind ganz schön sportlich, die Kerlchen. Ich hör schon wieder einen. Ich geh mal hier rein, ja? Na ja, geh du nur. Ich... Ich... ...rein den hinterher. Da, jetzt läuft der da weg. Wo... Wo läufst du denn hin? Helfen! Bäm! Helfen! Bäm! Wie oft du es dir noch teilen? Nimm mal das Gold hier. Das ist auch irgendwie... ...weiß nicht. Ich bin... Die Steuerung, es ist hier so schwierig. Ja, ja. Och, guck mal. Pistolenmunition. Nimm mal mit. Bist du schon wieder am Schießen? Nee. Hab ich mich verhört? Oder kann man... Kann man die... Die... Ähm... Wie nennt man das denn? Äh... Ich weiß, was du meinst. Die Empfindlichkeit. Empfindlichkeit, genau. Kann man das nicht irgendwie... Also umstellen?